20 Prozent weniger Lohn, hallo? Also das ist in der Schweiz eine Realität. Das hat jetzt nicht direkt mit Sexualität zu tun, aber mit Frau und Mann sein. Also dann wieder, was ist der Unterschied die Sexualität? Das ist völlig absurd. Oder der Körper. Das Rollenverständnis. Also in der Schweiz ist das erschreckend traditionell noch. Eben mit 71 erst irgendwie das Frauenstimmrecht. Ganz viele Länder feiern jetzt das 100-jährige Frauenstimmrecht. Wir irgendwie 71 erst erreicht. Ja, ich glaube, also ich glaube immer, dass das fruchtbar ist, wenn verschiedene Kulturen zusammenkommen. Also weil, ich glaube, jede Kultur, jede Erfahrung einer Frau, egal aus welchem Land sie kommt oder welcher kultureller Hintergrund, ist ein Beitrag zur Debatte und gibt eine Sensibilisierung vielleicht vielleicht auch auf einen anderen Aspekt.